Ja, hallo, einen wunderschönen guten Mittag aus dem Aloe Hof Studio. Ja, wieder zurück aus Spanien in der Reise Skilte und es geht voran. Heute ein Video, das so viele von euch vielleicht nicht ganz so erfreuen wird, aber ja, es ist soweit. Wir gehen in den Abverkauf unseres Aloe Hofes. Es wird jetzt die nächsten Wochen sehr tolle Aktionen geben für euch, weil wir natürlich noch ein bisschen Lagerbestand da haben, dieses nicht mit nach Spanien nehmen und jetzt sukzessiv alles zusammenräumen und zusammenpacken. Der Versand ist definitiv eingestellt, also außer diesen Aktionen, die es jetzt gibt. Und wir werden euch Woche für Woche limitierte Angebote zur Verfügung stellen, zu einem sehr guten Preis, den wir nochmal versenden werden. Und wir fangen an mit einer Woman-Fyto-Aktion. Woman-Fyto, einige von euch kennen es. Kapseln, die den Damen gerade in den Wechseljahren sehr gut helfen, diese Beschwerden oder Komplikationen, die es gibt, wie Schweißausbrüche, Unruhe, Gereiztheit, Schlaflosigkeit und so weiter, auch Kreislauf- und Blutdruckprobleme, sehr effizient und schnell in den Griff zu bekommen. Ist sehr stark angereichert mit Vitamin C, D und E. und Rohklee-Extrakt. Und hier sind die Erfahrungsberichte sehr, sehr gut. Das heißt, innerhalb kürzester Zeit merkt man, dass sich diese Wechseljahresbeschwerden wirklich sehr, sehr stark reduzieren. Das ist einmal die erste Aktion, die wir euch heute anbieten. Und zwar ein Zweierpack von Woman-Fyto. Reicht jeweils einem Monat. Also zwei Monate habt ihr da die Kapseln statt 60 Euro für 50 Euro plus Versand. Wichtig ist, diese Produkte sind alle limitiert. Also wir haben eine begrenzte Stückzahl, die ist im Online-Shop auch ersichtlich. Sollte dieser auf Null sein, werden wir nicht mehr nachbestehen. Also bei allen Aktionen, was weg ist, ist jetzt definitiv weg, wird auch nicht mehr nachbestellt. Woman-Fyto-Kapseln noch einmal für alle Komplikationen, Beschwerden und Begleiterscheinungen der Wechseljahre. Unruhe, die Schweißausbrüche, Gereiztheit und so weiter. Vitamin C, D und E, hoch angereichert mit Rohkleextrakt und hier wirklich sehr schnell und effizient eine Wirkung. Und die zweite Aktion, und die war mir auch ganz wichtig, ist die Aloe Freedom-Aktion. Viele von euch haben Probleme mit dem Bewegungsapparat. Und da haben wir das Aloe Gel Freedom. Freedom steht für Freiheit. Und warum ist das so gut? Wir haben 88% reines Aloe Vera Blattgel drin. Und noch zusätzlich angereichert mit Vitamin C und E. Wir haben die Gelenknährstoffe Chondroit, Insulfat, Glucosaminsulfat und Kollagen Hydrolysat drin. Zusätzlich, das klingt ein bisschen kompliziert. Aber das ist genau die Wirkstoffkombination, um den Bewegungsapparat aktiv zu unterstützen. Zusätzlich gibt es, und das wissen einige von euch, auch die sogenannten Freedom-Kapseln. Dies ist die perfekte Kombination zum Trinkgel. Knorpel, Gelenke, Sehnen stärken, die Regeneration unterstützen. Regt den Knorpelstoffwechsel an. Bildet auch wieder die Gelenkschmiere. Viele haben sehr starke Schmerzen, weil diese Gelenke, Sehnen und Knochen trocken reiben. Verbessert so spürbar die Mobilität und Beweglichkeit. Oder, was auch sein kann, wir haben entzündliche Prozesse in Gelenken und Sehnen. Auch bei dauernder Belastung der Gelenke, also somit auch ideal für Sportler. Wie ich gesagt habe, ist die ideale Ergänzung zum Trinkgel. Was haben wir noch drin? Gelenknährstoffe, die sich auf Beweglichkeit der Gelenke auswirken. Wir haben Glucosamin drin. Das wurde früher aus den Ketimpanzern von Krusten- oder Schalentieren gewonnen. Da ist auch dieses Chondroit, Insulfat drinnen. Beide Substanzen sind klinisch nachgewiesen, dass sie den Abbau der Knorpelsubstanzen in den Gelenken stoppen. Und so auch im höheren Alter und wenn die Schwierigkeiten kommen durch Beruf und so weiter, dass hier wirklich sehr viel für Gelenke, Knorpel und Sehnen gemacht werden kann. Was ganz wichtig ist bei diesen Dingen, sind die Vitamine D und E, weil genau diese den Erhalt einer stabilen und gesunden Knochenstruktur unterstützen und als Antioxidantien zusätzlich dazu beitragen, freie Radikale im Körper zu reduzieren. Wo können wir es anwenden? Bei Knorpelschäden, Arthrose, Arthritis, bei degenerativen Wirbelsäulenerkrankungen, Osteoporose, sehr, sehr gute Vorbeugung, Bandscheibenvorfälle, Gelenkerkrankungen, Rheuma, Erkrankungen, Entzündungen im Bereich der Sehnen, Bänder und Kapseln und sogar bei Fibromyalgie, also dieser Dauerentzündung im Körper. Da haben wir einen Sitz zusammengestellt, zwei Flaschen vom Aloe Freedom Gel und zweimal die Freedom Kapseln. Da haben wir normalerweise einen Verkaufspreis von 155 Euro, bieten wir euch an, limitiert für 120 Euro. Das ist also wirklich eine einmalige Aktion, die den Preis bekommt ihr des Aloe Vera Freedom Gel mit den Kapseln, ganz sicher nicht mehr. Hier auch wieder limitiert. Ich denke, da werden Sie viel erwischen. Wir haben nicht mehr wahnsinnig viel da. Ich glaube, zehn Sitz gibt es noch. Wenn die weg sind, sind sie weg. Noch einmal, wir werden dann auch nichts mehr bestellen und auf Lager legen. Darum habe ich immer gesagt, es besteht die Möglichkeit für euch, euch bei der Firma LR zu registrieren. Ihr habt dann die Produkte von Haus aus 30% günstiger. Könnt sie beim Online-Job bestellen. Die Ware ist innerhalb von drei bis vier Tagen bei euch zu Hause. Was bleibt, ist die Gesundheitsberatung. Was bleibt, ist die österreichische Handynummer. Ihr könnt mich auch, wenn ich in Spanien bin, über WhatsApp, wer das will, gratis und kostenlos anrufen. Also das wird auf jeden Fall bleiben. Wer Fragen hat zu den Produkten, kann sich jederzeit melden. Auch Produktinformationen werde ich dann von Spanien aus per PDF versenden. Bei diesen Paketen, die ich hier heute angeboten habe, sind natürlich die Produktinformationen, Einnahmeempfehlungen, alles wie immer im Paket dabei. Wie gesagt, nützt diese Möglichkeit der Registrierung. Wer sich hier registrieren lassen möchte, kann mich gerne anrufen. 0043 676 89 77 52 und dreimal die Null. Dann können wir das telefonisch online in ein paar Minuten erledigen. Ihr könnt dann die Produkte auch selber gerne bestellen. Das war es einmal für heute. Die ersten zwei Aktionen. Ich werde mich die nächsten Tage wieder melden. Sobald es wieder etwas Neues gibt. So wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Bleibt gesund, genießt das schöne Wetter. Und wir hören uns in Kürze. Alles Liebe, danke und tschüss. Danke.